So. So. Jetzt hat er ihm sich abgestellt. Ja, ich hab's gesagt. Also ihm kann er jetzt das Mikrofon wieder hochdrehen. Ich glaub, er hat ausgelernt. Ähm. Geilste Mischer, den wir je gehauen. Du bist der Erste, der mich abgeschaltet hat. Geile Sache. So. Jetzt haben wir noch zwei Sons für euch. Ja. Ich glaub, zum nächsten Mal gibt's gerne viel zu sagen. Das ist der Erste, den wir gespielt haben. Das ist ziemlich alt. Ich weiß nicht. 10 Jahre oder so. 10 Jahre oder so. Also, nächstes Mal ist Jeremy. Ja. 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 Ja.